Das Bataillon Edgar André, November 1936. Wir kamen über Land und Meer, pack dein Gepäck, Faschist. Die Freiheit ist unser Gefährte, es kämpft in ihrem Geist. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Als vor Madrid sie standen schon, stand auch das andere Bataillon und schlug sie übern Fluss. So hielten wir den Feind vom Land, mit Spaniens Brüdern Hand in Hand, Gewehrbereit zum Schuss. Die Freiheit ist unser Gefährte, es kämpft in ihrem Geist. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Es kommt der Sieg, es kommt der Tag, da führen wir den letzten Schlag. Die Freiheit ist unser Gefährte, es kämpft in ihrem Geist. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Bataillon, das Kampfbewehrte, das Gergawandre heißt. Untertitelung des ZDF, 2020